Dieser Versager, dieser Schmachratzer. Ein paar Fünge, der Faulbeln. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Was hat er da was gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Der Schamophilist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt was? Verrat an meiner Person? An meiner Person? Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. Deine Person? Ich erinnere mich, wenn ich den Krieg nicht überstehe? Genau, dass ich in der zone. Verraten Sie sich nicht überstehen. Ich gehe jetzt in ihren Krieg nicht überstehen. Ihre Stimme beherzt. Ich gehst mit dich. Ich gehst mit der Karte. Vielen Dank.